Das Corona-Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es endet wie noch kein Jahr zuvor in einem Lockdown. Ein ungewöhnlich ruhiger Jahreswechsel. Ein Silvester, das wir so noch nie gefeiert haben. Mit vielen neuen Regeln. Die Ausgangsbeschränkungen gelten weiter rund um die Uhr. Der Wohnbereich darf nur in Ausnahmefällen verlassen werden. Große Feiern sind verboten. Restaurants und Hotels bleiben geschlossen. Die Regierung fordert dazu auf, auf Feuerwerke zu verzichten. Bis zu 10.000 Euro Strafe drohen für eine Silvesterknallerei. Die Polizei hat bereits verschärfte Kontrollen für die Nacht angekündigt. Und trotz großer Einschränkungen feiern rund 70 Prozent 2020 im engsten Familienkreis. Denn zumindest zu Hause dürfen die Korken ja knallen. Richtig laut wird's dabei aber wohl nirgends. Auch bei den heimischen Prominenten und Politikern nicht. Silvester wird heuer die eigentliche stille Nacht, sagt Vizekanzler Werner Kogler zu OE24. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober verbringen die Feier mit ihren Partnerinnen zu Hause. Bundespräsident Van der Bellen verbringt seinen Abend mit Ehefrau Doris Schmidauer im engsten Kreis. Minister Karl Nehammer sagt, es gibt eine Feier bei der Frau und bei den Kindern und wieder ein Fondue. Ministerin Karoline Edstadtler feiert mit einer Freundin. Um das Risiko zu minimieren, werden Antigentests gemacht. FPÖ-Chef Norbert Hofer feiert mit Frau und Tochter in Pinkerfeld zu Hause, ohne Neujahrsvorsätze. Ministerin Schramböck geht mit ihrem Lebensgefährten in den Garten, um die Sterne anzuschauen. Also ganz romantisch. Astrologin Gerda Rogers feiert mit Autor Clemens Trischler. Man stößt auf den Geburtstag an, denn der ist am 1. Jänner. Moderatorin Nadja Bernhardt wird einen ruhigen Abend verbringen, weil es für den Hund das erste böllerfreie Silvester sein wird. Beauty-Doc Arthur Worsek. Er sagt, es könne passieren, dass er Mitternacht sogar verschläft.